Ich mache los. Hallo Leute, ich wünsche allen ein gesundes, neues Jahr. Schon im Vorfeld des Jahreswechsels wurde ich gefragt, Olaf, was wird dieses neue Jahr bringen? Da sage ich, dieses Jahr wird gar nichts bringen. Die Zeiten, in denen die Jahre was gebracht haben, die sind vorbei. Das geht kostenmäßig alles gar nicht mehr. Wenn man vom Jahr was möchte, dann muss man es sich wirklich selber abholen. Also, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ihr müsst euch einbringen. Geht auf die Straße, geht in die Opposition oder geht wenigstens in Rente. Macht was draus. Viel Erfolg. Wünscht euer Olaf.